Hier in dieser Hypnose wirst du dich sehr schnell fallen lassen können und vielleicht einschlafen. Darum fahre bitte kein Fahrzeug während der Hypnose und bediene keine Maschinen. Diese Hypnose führt dich nicht direkt in die tiefe Trance, sondern ist wie alle Hypnosen wellenförmig. Manchmal kommst du tiefer in die Trance und dann wieder weniger und dann wieder tiefer. Lass es einfach geschehen und vertraue dich deiner Entspannung an. Für viele beginnt die Hypnose mit einer Leichtigkeit, die sich einstellt und dann immer weiter ausbreitet. Langsam durchströmt diese Leichtigkeit immer mehr dein Körper und dann auch dein Geist. Es wird sich ein Wohlbefinden und eine Harmonie einstellen, die ganz besonders ist bei meinen Hypnosen. Genieße es. Du kannst sitzen oder liegen, so wie es dir am besten ist. Lege deine Hände bitte offen nieder, sodass die befreiende Energie in dir fließen kann. Wenn du dich fragst, was jetzt passieren wird, dann folge meinen Worten und du wirst tief in die Entspannung und in den Ausgleich gehen können. Vertraue dich den Worten an und begleite die Worte mit deiner Gelassenheit. Lass deine Gedanken ziehen wie Kraniche am Himmel. Immer weiter und immer gelöster von deinen Gedanken. Du kannst sie auch in eine Schublade legen. Tu es einfach so, wie es dir am besten erscheint. Du kannst sie auch fliegen lassen, wie eine Feder im Wind, die auf den verschiedensten Luftschichten getragen wird und immer weiter fliegt, bis sie langsam verschwindet. Nach dieser Trance kannst du sie dir jederzeit wiederholen. Gedanken sind Weisheit und Weisheit muss nur erkannt werden. So führe ich dich nun in die Trance. Du atmest ein, du atmest aus, du atmest ein und du spürst, wie die Leichtigkeit beginnt, sich in dir auszubreiten. Du atmest aus, du atmest aus und mit jedem Ausatmen wirst du noch leichter. Du atmest ein, deine Augenlider werden schwerer und schwerer. Du atmest ein, deine Augenlider werden schwerer wie Blei. Du atmest aus, deine Augenlider fallen jetzt zu. Und sinnfest, verschlossen. Dein Atem ist immer ruhiger. Und dein Herz lag angenehm harmonisch. Du folgst meinen Worten. Und mit jedem Wort wirst du leichter und leichter. Und mit jedem Atemzug gehst du nun tiefer und tiefer in die Trance. Deine Augenlider sind völlig entspannt. Wenn du jetzt versuchen würdest, deine Augen zu öffnen, dann würde das nicht gehen. Und mit jedem Mal, mit dem du dies probierst, gehst du tiefer und noch tiefer in die Trance. Mit jedem Mal gehst du über, in die tiefe Gelassenheit und in den völligen Ausgleich. Wie eine Feder, die langsam vom Berg herab schwebt, so gehst auch du langsam, immer tiefer und immer tiefer. Und wie die Feder auf einer Waldlichtung zwischen wunderschönen Blumen landet, so landest auch du in einem wunderschönen Traum mit herrlichen Bildern. Ganz ruhig und immer klarer. Du bist völlig im Reinen mit allem. Ganz gelöst und frei. Mit jedem Atemzug gehst du immer noch weiter in die Versunkenheit. Du bist jetzt schon weit versunken in deiner Trance. glücklich und leicht. Und glücklich und leicht. Jedes Geräusch, das du hörst, ist für dich ein Zeichen, dass du noch viel tiefer gehen kannst. Immer noch weiter. Und immer noch mehr. Und immer noch mehr versunken. Ganz im Glück. Und herrlich in der Ruhe. Du nimmst dir jetzt den Ausgleich, den du dir so gewünscht hast. Hier in dieser Trance kannst du ganz tief gehen und bist völlig im Vertrauen. Jeder Gedanke, so noch einer kommt, ist ein Zeichen für dich, dass du dich noch mehr fallen lassen kannst. Du bist wunderbar entspannt und tief in der Trance. Immer mehr und immer weiter. Ganz im Ausgleich. Ganz in deiner Mitte. Ganz im Ausgleich. Ganz in deiner Mitte. Das Gefühl stellt sich für dich immer mehr ein. Und du kannst es immer mehr spüren. Auch ein Geruch kannst du wahrnehmen, der für dich völlige Entspannung und Freude bedeutet. Du bist herrlich im Ausgleich. Dein Geist und dein Körper können es immer mehr genießen. Wenn du jetzt Gedanken und Ablenkungen hast, dann sind dies nur Zeichen für dich, dass du noch viel tiefer in den Ausgleich und in die Gelassenheit gehen kannst. Hier in dieser zauberhaften Trance bist du ganz in deiner Mitte und ganz klar in deiner Energie. So kommst du nun im Raum der Möglichkeiten und der Fantasie an und du fliegst durch die Dimensionen. Es ist eine Reise, die dich durch die Wolken des Fühlens und durch die Energie bringt. So fliegst du durch wunderbare Wolken, die so farbig und schön sind, dass es dich so sehr mit Freude und Liebe füllt. Du fliegst nun durch eine Öffnung, mitten in einer weißen, leuchtenden Wolke. Und du spürst die Energie dieser weißen Wolke. Sie ist so freundlich und liebevoll und sie lässt dich ein in den Kosmos der Gefühle und der positiven Energien. Du fliegst durch diese Öffnung und es ist, als würde ein warmer Hauch über deinen Körper fließen. So spürst du die Liebe dieser Wolke, wie sie an deinem Körper entlang fährt, leicht wie eine Feder und liebevoll wie eine Mutter. Sie bringt einen so großen Frieden in dein Sein. Die Reinheit und der Friede fahren durch dich. Spüre es, wie dieser Friede in deinen Armen beginnt und über die Schultern und dein Oberkörper langsam nach unten weiter fließt. Der Friede und die Reinheit kommen in deinen Oberkörper, in deine Schultern und immer mehr in deine Arme. Es beruhigt deine Nerven, deine Sorgen und Nöte. Alles beruhigt sich in dir immer mehr. Ihre Schwingung nimmt ab und sie dürfen ruhen. Es befriedet dich immer mehr. So kommt diese weiße Energie des Friedens in deinen Unterkörper und in deine Beine und Füße. Es entspannt sie so sehr. Dann spürst du die weiße Energie auch in deinem Kopf und du erfährst immer mehr Ruhe in deinem Sein. Es tut dir so gut, diese Ruhe wie eine Welle als weiße Energie durch deinen Körper fließen zu lassen. Immer mehr und immer gelöster. Genieße es etwas. Wenn du bist, wenn du bist, in deinem Kopf ausz барeras, deinen Körper fließt, wie du bist. irst du? Ich denk dir, in deinem Kopf, so gut. Ich denke, du bist. Du bist. Ich denke, du bist. Ich denke, du bist. Du bist. Nun siehst du vor dir so viele Wolken und Gebilde, die in Rot, Grün, Gelb und Blau leuchten. Sie alle strahlen aus sich selbst heraus, sind Energien in den Wolken unterwegs. Du bist vollkommen im Vertrauen und ganz im Ausgleich. Die Leuchtkraft der Wolken gibt dir schon so eine Wohligkeit und so eine Empfindung wie ein Bad aus Sanftheit und Liebe. Dein Sehnen geht dem entgegen und du möchtest alle Wolkenenergien erleben. Du fühlst die beruhigenden und erfüllenden Energien nun immer mehr. So fliegst du weiter auf eine Wolke zu, die blau leuchtet. Du landest auf dieser Wolke und deine Energie der Vertrautheit und der Ruhe geht durch dich hindurch. Du legst dich nieder auf dieser flauschigen und weichen Wolke und lässt diese blaue Energie durch dich strömen. Die Ruhe und die Vertrautheit breiten sich in dir aus. Sie strömen von deinem Rücken aus in deinen Unterkörper und in deine Beine und Füße. Sie fließen von deinem Rücken auch in deinen Oberkörper, in deine Schultern, Arme und in deine Hände. Diese Vertrautheit ist so tief, als wäre sie schon seit tausenden Jahren in dir. Du bist immer ruhiger und genießt diese kuschelige Vertrautheit. Dann kommt die blaue Energie in deinen Kopf und es beruhigt dein Denken. Du vertraust auf deine Ideen und Vorstellungen. Du weißt, dass alles gut ist, so wie es ist. Alles geschieht so, wie du es in dir trägst. Du vertraust auf das Positive und auf das Glückliche in dir und lässt es gewähren. Spüre, wie es wie eine Welle durch deinen Körper strömt. Du bist immer mehr in der Ruhe und genießt das beständige Vertrauen, was du seit Ewigkeiten in dir trägst und das nun befreitest. Genieße es etwas. So stehst du wieder an. Du fliegst auf und fliegst weiter zur nächsten Wolke, die wie ein Sessel geformt ist. Sie ist gelb und heiter. Du fliegst auf diese wolkenähnliche Energie zu und es belebt deine Sinne und deine Fröhlichkeit immer mehr. Dann setzt du dich auf das gelbe Wolkensofa und deine Energie strömt durch dich. Sie bringt Freude und Glück in dein Herz. Sie strömt von deinen Händen und deinem Rücken in dich hinein. Das Glück der gelben Wolken strömt dein Körper hinunter. Erst über deine Schultern und deinen Oberkörper und dann weiter über deinen Unterkörper, über deine Beine und Füße. Es ist so schön, diese Freude und dieses Glück in dir immer mehr zu spüren. So strömt es auch in deinen Hals und in deinen Kopf. Du erfährst eine Glücklichkeit und eine Freude, die ohne Grund ist und daher so wunderschön. Nichts musste erfüllt werden. Nichts hatte dich getrennt von diesem Glück und dieser Freude. Sie war schon immer in dir und nun hast du sie wieder. Ganz tief in dir weißt du, dass du diese Glücklichkeit und Freude auch als Kind hattest. Mit all deinem Leben und den Umständen war dein inneres Auge und deine Empfindung blind dafür geworden. Doch nun darfst du es wieder erleben und es wird belebt in dir. Spüre diese Glücklichkeit und diese kindliche Freude, die so erfüllend ist und dir wieder Mut und Kraft für dein Leben gibt. Genieße sie etwas. Das ist dann die deutsche Zeitung. Genieße. Und dann schläfst du dich von dem Kopf. Und dann schläfst du dich von dem gelben Wolkensofa und du fliegst weiter an diesen wunderbar leuchtenden Energiewolken vorbei. Jede lädt dich mit ihrer Energie ein zu verweilen. So fliegst du nun auf eine grüne Energiewolke zu. Sie ist breit und du landest und kannst auf ihr spazieren gehen. Dein ganzes Sein wird durchleuchtet von der Energie dieser Wolke. Mit diesem Leuchten zieht die Hoffnung immer mehr in dir ein. Die Hoffnung fährt in dein Unterbewusstsein und es breitet sich in dir immer mehr aus. Du spürst, wie dir beruhigend und ausgleichend dies in dir ist. So strömt diese grüne Energie von deinen Füßen hinauf, durch deine Beine und deinen Unterkörper. Dann weiter hinauf in deinen Oberkörper, deine Schultern und Arme bis in die kleinsten Fingerspitzen. Diese wunderbare Hoffnung gibt dir Mut in all den Dingen, die du zu verlieren drohtest. Und sie ist so kraftspendend. So kommt die grüne Energie der Hoffnung auch in deinem Kopf und in deinem Denken an. Du darfst wieder die Möglichkeiten und die Chancen im Leben erkennen. Wo vorher Wände und Sackgassen waren, kannst du jetzt Auswege und Abkürzungen erkennen, die dich weiterbringen. Du bist immer mehr in der Hoffnung und in der erholsamen Beruhigung deines Seins. Spüre es etwas. Nun fliegst du wieder auf und kannst hinter all diesen Energiewolken die größte Wolke erkennen. Es ist eine rot leuchtende Energiewolke. Sie strahlt so voll mit Lebenskraft und Energie. Es überträgt sich auf dich. Die Liebe durchströmt dein Sein. Du fliegst auf sie zu und landest auf einer Erhebung der Wolke. Du siehst zurück und kannst all die anderen Energiewolken erkennen. Es ist ein so wunderschöner Ausblick. Und die wunderbaren Strahlen der Freude, der Hoffnung, des Glücks und der Vertrautheit fließen weiter durch dein Sein. Nun überträgt sich auch ein Gefühl der Kraft und des Selbstvertrauens auf dich. Und diese rote Energiewolke lädt dich auf mit der Energie der Liebe, der Kraft und der Sinnlichkeit. Es geht durch dein Sein und tut dir so gut. Zuerst wird die Liebe aufgefüllt. Und so strömt die rötliche Energie in dein Herz. Du spürst, wie es deine Liebe und deine Eigenliebe auffüllt. Von deinem Herzen aus fährt es durch dein ganzes Sein. So wird nun dein Körper mit der Energie der Liebe und der Sinnlichkeit durchströmt. Sie geht von deinem Herzen in dein Unterkörper, in deine Beine und Füße. Alles erstrahlt im roten, liebevollen Licht. So strömt nun diese rot leuchtende, liebevolle Energie in deinen Oberkörper und in deine Arme, Hände und in deine Schultern. Und du spürst die Liebe in dir immer mehr. So kommt sie im Kopf an. Und du spürst die Liebe. Und erinnerst dich an all die liebevollen Momente deines Lebens. Sie sind wie ein Versprechen, das wiederbelebt wird. Ein Versprechen der Liebe und der Sinnlichkeit, das du dir selbst gegeben hast und das deine Eigenliebe betrifft. Du belebst jetzt deine Eigenliebe und spürst, wie deine Wertigkeit und dein Selbstwertgefühl in dir aufsteigen. Eine Lebensenergie wird aufgefüllt. Es ist so schön für dich, dass du die Quelle der Lebensenergie gefunden hast. Und nun füllt sie dich auf. Sie zieht durch deinen Körper. Und unterstützt die Heilung da, wo sie schon wirkt. Und beginnt sie da, wo sie nötig ist. Und du bist jetzt voll mit Energie der Lebendigkeit. Ein Lächeln geht über dein Gesicht. Und du bist voller Freude. Spüre die Liebendigkeit und die Liebe in dir. Sie geben dir so viel Selbstvertrauen. Lass es einfach nur zu. Genieße es etwas. Spüre die Liebendigkeit und die Liebe in dir. So bist du nun erfüllt von der Liebe. Und der Kraft zu dir selbst. Und du schwebst auf. Und fliegst nun durch die Wolken zurück. Sie öffnen alle einen Tunnel für dich. Der so liebevoll verziert ist. Du bist ein ganz besonderes Wesen. Und die energetischen Wolken. Und die energetischen Wolken spüren es. Und so preisen sie dein Sein. Und freuen sich an deiner Freiheit. Und du fliegst den Tunnel entlang. Und du spürst noch einmal die Energien der Wolken. Während du an ihnen vorbeifliegst. Zurück zu der weißen Energiewolke. Sie streicheln dein Sein. Und die Energiewolken möchten dir noch mehr Energie schenken. Du bist so glücklich. Und friedvoll harmonisch. Ganz erfüllt von den Möglichkeiten, die du hier finden durftest. So kommst du wieder bei der weißen Wolke an. Und verlässt dieses Reich der Energien. Durch das Tor der weißen Wolke. Die weiße Wolke sendet dir eine Nachricht. Du kannst gerne wiederkommen. Die Energiewolken freuen sich über deinen Besuch. So verlässt du jetzt diesen wunderbaren Raum der Energien. Ganz erfüllt und glücklich. Nun fühlst du dich ganz leicht und geborgen. Vollkommen wohl und glücklich. Gleich wirst du wieder aus der Hypnose auftauchen. Diese Hypnose wirst du immer wieder verwenden. Um deine Energien, dein Selbstvertrauen und deine Liebe aufzufüllen. Langsam hebt der Wind die Feder von ihrem Platz zwischen den wunderschönen Blumen wieder an. Und so wie die Feder wieder vom Platz am Boden zwischen den Blumen auftaucht. So tauchst doch du langsam wieder aus dieser Trance auf. Langsam fliegt diese Feder immer weiter. Und immer weiter mit dem Wind auf. Und genauso wie die Feder wieder vom Wind getragen in die Sonnenstrahlen kommt. So kommst auch du wieder in das Tageslicht und in dein bewusstes Sein zurück. Ich zähle langsamer von 5 bis 1. Und mit jeder Zahl, die ich sage, wirst du mehr und mehr aus deinem tiefen Entspannungszustand zurückkehren. Und bei 1 öffnest du die Augen und bist hellwach, glücklich und vollkommen erholt. 5 Du bist noch immer tief, entspannt und fühlst dich vollkommen wohl. Dein Puls, dein Blutdruck und auch deine Atmung normalisieren sich langsam wieder. 3 Du bewegst leicht deine Zehen und spürst sie immer mehr. 2 Dein Puls und dein Blutdruck steigen nun wieder auch für dich normale Werte an und du fühlst dich ausgeruht und wohl. Wenn ich nun die letzte Zahl sage, musst du deine Augen öffnen, bist wieder vollkommen wach und fühlst dich absolut wohl. Deine angenehme und glückliche Wohlfühlstimmung wird dir auch im Wachzustand erhalten bleiben. 1 Öffne nun deine Augen, du bist wach und frisch und du fühlst dich sehr wohl. Du bist nun wieder in deinem Körper angekommen und bist voller Kraft und Freude. Es besteht aber ein Unterschied zu vor der Trance. Vorher warst du der Körper und so durch Tod, Alter, Krankheit und Verlust in negativen Emotionen gefangen. Jetzt hast du deinen Körper. Was du wirklich bist und du weißt das jetzt, ist liebevolle Energie jenseits von Mitte und Grenze, die alles freudig hervorbringt. Wir entscheiden uns, diese wunderschönen Eindrücke in allen Lebenslagen beizubehalten und wünschen, dass die wunderschönen Eindrücke, die gerade entstanden sind, grenzenlos werden. Mögen sie allen Wesen das zauberhafte Glück bringen, das Erkennen der eigenen liebenvollen Natur des Selbst. Liebe in allem. Danke. Ich bin immer wieder um certainty zu neurôniamm